Vor allem Paro-Wedeln hat ja ganz ne Bedeutung. Das würde machen mich besser, wenn ich ihn so kapiere. Er hat ein Nippel? Zwei Nippel? Ich liebe Nippel. Er liegt Nippel nicht. Bruder, ich spreche nach der Hälfte auf. Ich stehe auf, gucke in die Kamera. Ich sage dann... Am besten gefallen hat mir die Polizistin in der Uni bauen. Ich sage dann, was es gibt, wenn ihr ein Abo und... Wir verlangen was von euch. Wenn ihr es nicht tut, dann sprecht... Kein Scherz. Ihr abonniert diesen Kanal und hinterlasst Hashtag Campus TV Band auf allen Social Media Plattformen. Mindestens Hashtag Campus TV Advent da lässt. Und verschwind einfach. Auf jeden Fall. Das ist Türk. Das ist scheiße. Also, die Perspektive ist leider ganz schön. Achso, man kann auf YouTube, Instagram oder Facebook mit Hashtag Campus TV Advent. Kareb du Jockel. Hashtag Campus EV Advent funktioniert nur auf YouTube. Mit dem Hashtag könnt ihr in den Kommentaren euer Feedback zu 2018 dalassen. Wir würden uns auch genauso über Anregungen und Wünsche für das kommende Jahr freuen und natürlich gibt es auch wieder was zu gewinnen. Was? Das könnt ihr vielleicht schon mal raten. Das erfahrt ihr auf jeden Fall im neuen Jahr. Und damit wünscht euch das Campus TV Team eine besinnliche Zeit und ein schönes Jahr. Kareb du Jockel. Hashtag Campus TV Advent. Campus TV Advent? Ach, das ist schon richtig, ne? Campus TV Advent. Kareb du Jockel. Kareb du Jockel. Hashtag Campus TV Advent. Das klingt so falsch, ne? Du musst es mal sagen, es klingt jedes Mal falsch und ich auch. Okay. Kareb du Jockel. Hashtag Campus TV Advent. Diesmal klappt es. Kareb du Jockel.